guten morgen und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich bin immer noch blau im gesicht wie ihr seht aber das hält mich nicht davon ab nach sat 2 zum feuerkurs zu fahren der war eigentlich mit unesta geplant das habe ich jetzt ein bisschen geändert gestern haben wir den devon auf die burg gebracht und er war auch super brav und er wartet da jetzt schon auf uns wir sind gerade im auto unterwegs der luke ist dabei und die laura julia die fährt uns und die macht fotos das ganze wochenende ja und dann nehme ich euch heute wieder so ein bisschen mit und bin schon ganz gespannt für den devon ist ja der dritte feuerkurs und ja eigentlich kennt er das alles schon aber es ist trotzdem immer wieder spannend und wir gucken mal was so passiert das wochenende über bis später dann und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.